Wir sitzen hier im Restaurant Bauersfeld. Das Restaurant Bauersfeld existiert seit zehn Jahren. Das Restaurant ist im Stil der 20er Jahre hergerichtet, in der Form einzigartig in Deutschland. Es wird natürlich in Verbindung mit dem Kleinen Tarm gesetzt, weil das Kleinen Tarm gesetzt war 19 und 1926 entstanden ist und in dem Stil ist dieses Restaurant erbaut worden. Dieses Restaurant bietet gut bürgerliche Thüringer Küche. Von einem Glas von Rostbrätchen bis zu einem guten Rindefilet ist für jedermann was dabei in sehr gemütlicher Atmosphäre. Wer kocht? Wer kocht bei Ihnen? Ein Jenenser ist ein relativ junges Team. Der Herr Beichl ist Küchenleiter bei uns im Haus und sorgt dafür, dass täglich frische Ware auf den Tisch kommt.